Gratis Filme ansehen Auf der Internetseite movies.msn.de stehen diverse TV- und Kinospielfilme in ihrer vollen Länge gratis abrufbereit. Dazu ist nicht mal eine Anmeldung auf dieser Seite nötig. Doch wieso können diese Filme von jedem Nutzer angesehen werden und noch dazu völlig kostenlos? Ganz einfach, weil die Filme durch Werbung finanziert, die ca. alle 10 Minuten für maximal 90 Sekunden eingeblendet wird. Deshalb bedarf es auch keiner Anmeldung und man kann direkt auf den gewünschten Film springen. Mit der Schaltfläche Auswahl können Sie die Filmkategorien auswählen. Hier können Sie alle Filme auflisten, aber auch nur Dramen sowie Thriller, Komödien oder Klassiker anzeigen lassen. Mit einem Linksklick auf die bevorzugte Kategorie wird diese geöffnet. Um Informationen wie die Spielfilmlänge, das Jahr oder die Freigabe des Films zu erhalten, bewegen Sie den Mauscursor über den gewünschten Film, um eine Informationsblase aufzurufen. Dieser Film ist ab 16 Jahren freigegeben. Weil aber Anmeldeinformationen entfallen, die auf das Alter eines Nutzers schließen ließen, können Filme ab 16 bzw. 18 Jahren erst ab 22 Uhr abgespielt werden. Um auf die nächste Seite zu blättern, klicken Sie auf die pfeilförmigen Schaltflächen. Um einen Film zu öffnen, klicken Sie mit der linken Maustaste darauf. Direkt unter dem Videofenster finden Sie weitere Informationen zu dem Film sowie eine kurze Beschreibung der Filmhandlung. Klicken Sie auf das Wiedergabelsymbol, um den Film zu starten. Bevor der Film abgespielt wird, wird ein Werbespot eingeblendet. Klicken Sie in der Leiste unterhalb des Videofensters auf die rechte obere Schaltfläche, um den Vollbildmodus zu aktivieren. Um den Vollbildmodus wieder zu deaktivieren, klicken Sie erneut auf diese Schaltfläche oder drücken die Escape-Taste.